Hey Leute, willkommen zu meinem neuesten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Videos in CapCut importiert und dann auch schneiden könnt. Egal ob ihr Anfänger seid oder schon ein wenig Erfahrung habt, dieses Tutorial ist genau das Richtige für euch. Warum Videos schneiden? Das Schneiden von Videos ist eine grundlegende Fähigkeit, um eure Inhalte präzise und ansprechend zu gestalten. Es hilft natürlich dabei, unnötige Teile zu entfernen und eure Geschichte klar und fokussiert zu erzählen. In diesem Tutorial gehen wir durch alle wichtigen Schritte. Importieren eines Videos, Schneiden der Clips und natürlich Anpassen und die Feinabstimmung. Okay, lasst uns doch jetzt einmal rüber gehen zu CapCut und fangen an, erstmal ein Video zu importieren. Und dann natürlich auch zu schneiden. Okay, gehen wir rüber. Jetzt haben wir CapCut geöffnet und importieren jetzt mal ein Video. Ich gehe jetzt hier auf, kommentiert. Und lade jetzt einfach mal ein Video hoch, was ich schon geschnitten hatte, für ein anderes Projekt. Nehmen wir das hier mal und sagen öffnen. Ja, das bin ich. Schön. Das hier alleine reicht aber jetzt nicht. Jetzt wollen wir das ja auch schneiden, weil wenn man hier mit der Maus drüber geht, sieht man halt, was für ein Inhalt in dem Video ist. Und hier oben steht drauf, 1,35 geht das Video um. Das ziehen wir jetzt einfach mal unten in die Timeline. Und hier unten sieht man die Stimmen mit den Löchern. Das heißt, wo nicht gesprochen wird. Ich spiele mal eben ab. Am Anfang gucke ich nur ein bisschen dumm in die Kamera. Und den Anfang, den nehmen wir jetzt einfach mal raus und gehen hier auf Schneiden. Jetzt haben wir das Video hier geschnitten. Nehmen wir uns den Teil und den entfernen wir. Also ich arbeite auch sehr viel mit Kurzbefehlen. Kurzbefehle findet ihr hier oben rechts. So, man kann in der Zeitleiste, das heißt, wenn ich mich in der Zeitleiste bewege, sind das die Kurzbefehle. Wenn ich mich in dem Player bewege, sind das die Kurzbefehle. Das sind halt die einfachen und nochmal andere. Was meistens genutzt wird, ist ja die Zeitleiste. Das hier sind jetzt die Befehle für einen Windows-Rechner. Ja, und wenn ihr ein Mac habt, dann steht hier zum Beispiel CMD-Shift-B. Ja, zum Trennen als Beispiel. Teilen ist Control-B. Teilen ist eigentlich Schnitt. Das könnte man noch ändern. Man kann jetzt hier drauf gehen. Klicke, um den Kurzbefehl anzupassen. Ich würde es nicht ändern, weil wenn ihr irgendwo hier einen Kurzbefehl habt, den ihr schon gesetzt habt, dann würde er auch meckern. Also ich arbeite eigentlich mit denen, die hier schon vorhanden sind. Ihr seht, es sind recht viele Shortcuts. Da kann ich euch empfehlen, ein Stream Deck zu nehmen. Dafür mache ich aber nochmal dieses Beratest-Tutorial, weil das auch sehr, sehr umfangreich ist. Jetzt gehen wir hier raus. Jetzt ziehen wir uns das hier mal ein bisschen größer, damit wir diese Pausen hier besser sehen können. Gehe jetzt hin, schneide das komplett auseinander. Oder ziehe das auseinander, nicht schneiden. Und jetzt sieht man hier vorne, ist immer noch ein Loch. Also eine Stille. Nehme ich die Stille hier mal weg. Und jetzt fängt das Video direkt an. So oder so ähnlich kann sich das anhören, wenn man den Hintergrund mit Musik hinterlegt. Okay, heute in diesem Video zum Beispiel, ich sage sehr oft das Wort okay. Und das nervt mich dann natürlich auch und das schneide ich dann meistens auch weg. Gehe hin, setze hier einen Schnitt und setze hier den Schnitt. Und nehme den Teil, wo die Stille ist und wo das ist, nehme ich jetzt raus. Das heißt, ich gehe hin und bearbeite das Video komplett erstmal und höre mir das an. Musik hinterlegt. Heute in diesem Tutorial geht es genau um diesem Thema, dass wir Musik einem Videomaterial hinzufügen. Das heißt, hier wo die Pausen sind, die schneide ich dann einfach mal raus. So. Und dann entfernen wir den Teil wieder. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Video. Hier habt ihr so Stellen. Wenn, also wenn ich Inhalt links löschen, Inhalt rechts löschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Schnitt mache mit links löschen, dann löscht er alles was links ist. Habt ihr gesehen? Wenn ihr natürlich jetzt, ich sag jetzt mal hier am Anfang, das Video, diesen kleinen Teil möchte ich gerne behalten und der Rest ist eigentlich egal. Das heißt, dann gehe ich hier hin und sage direkt Inhalt links löschen, wenn ich geschnitten habe. Und jetzt habe ich nur den kleinen Teil, den ich behalte. Und das gleiche geht natürlich auch mit nach rechts. Das heißt, wenn ich den Teil jetzt, diesen Teil behalten möchte, aber den rechten nicht mehr, dann klicke ich hier und sage rechts löschen. Zack und weg ist es. Dann hat man sich dieses Draufklicken und Entfernen gespart. Ja, das war es eigentlich bezüglich Schneiden. Das ist ein sehr kurzes Video. Kurzbefehle haben wir gemacht. Schneiden. Videos hinzufügen und so weiter. Das mache ich in einem separaten Tutorial. Weil nicht jeder möchte immer ein komplettes Video haben, wo alles erklärt ist und dann suchen muss. Und so hat man halt wirklich die Möglichkeit, sich das rauszusuchen, was man braucht. Okay, wenn euch das Video bezüglich dem Schnitt ein bisschen gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da, ein Abo da und würde mich freuen. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao, ciao. Vielen Dank.